Die Dortmunder Modekette Dachener soll mehrere zur Schließung vorgesehene Filialen von Galeria Karstadt-Kaufhof übernehmen. Wie der Modemanager Friedrich Wilhelm Göbel bekannt gab, seien Verträge mit Vermietern bereits unterschrieben worden. Sobald Galeria gekündigt hat, werden die Verträge mit Dachener wirksam. Den Mitarbeitern der betroffenen Filialen wolle man ein Angebot zur Weiterbeschäftigung machen. Wie viele Filialen Göbel konkret übernimmt, ist unklar. Ich glaube, es werden 10. Es könnten auch 25 werden, meint der Modemanager. Galeria Karstadt-Kaufhof plant, bundesweit 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser zu schließen. Die Modekette Aachener betreibt aktuell insgesamt sieben Filialen in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Galeria Karstadt-Kaufhof Valeria Karstadt-Kaufhof Untertitelung des ZDF, 2020